Willkommen, ihr Suchenden nach Wahrheit und Erleuchtung, im mysteriösen Zentrum. Heute begeben wir uns auf eine mystische Reise und erforschen die tiefe Frage, ist dies der Beginn der fünfte Dimension? Spüren Sie die spürbare Vorfreude, die in der Luft liegt, als würde das Universum selbst die Geheimnisse einer monumentalen Transformation flüstern. Wir stehen am Rande eines großen Abgrunds, bereit zum Sprung in eine neue Realität, die die vertrauten Grenzen von Zeit und Raum überschreitet. Dies ist kein Sprung, der aus Angst geboren wird, sondern aus der tiefen Erkenntnis heraus, dass wir am Rande eines tiefgreifenden Erwachens stehen. Im Laufe der Geschichte gingen den Momenten großen Wandels stets Zeiten intensiven Drucks und großer Unsicherheit voraus. Jetzt erleben wir den Abbau überhäuter Systeme und Überzeugungen nicht als ein Zeichen der Zerstörung, sondern als eine kraftvolle Explosion des Bewusstseins. Herzen und Köpfe brechen auf und öffnen sich für höhere Wahrheiten und Möglichkeiten. Während wir uns auf diese transformative Reise begeben, werden wir die Zeichen dieses Erwachens erforschen, verstärkte Intuition, Synchronicitäten und ein tieferes Gefühl der Verbundenheit mit allen Lebewesen. Wir werden aufdecken, welche Rolle die Technologie bei der Erleichterung dieses Wandels spielt und wie sich unser kollektives Bewusstsein erhebt und Wellen des Wandels auf dem ganzen Globus erzeugt. Willkommen in der Morgendämmerung der fünfte. Dimension. Es liegt monumentalen Wandel. Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer tiefgreifenden Transformation und ist bereit, in eine neue Realität einzutreten. Es handelt sich nicht nur um einen Wandel, sondern um ein kollektives Erwachen. Die alten Wege, Systeme und Überzeugungen, die nicht mehr dem höchsten Wohl der Menschheit dienen, beginnen zu zerbröckeln. Diese Demontage ist kein Ende, sondern eine kraftvolle Wiedergeburt, die den Weg für neue Paradigmen freimacht, die mit unserem höchsten Potenzial in Einklang stehen. Die Explosion des Bewusstseins, die wir erleben, ist geradezu magisch. Es ist, als ob sich das Gewebe unseres kollektiven Bewusstseins ausdehnt und tiefere Wahrheiten und grenzenlose Möglichkeiten offenbart. Wir erwachen zu unserer Verbundenheit und erkennen, dass wir keine isolierten Wesen sind, sondern fäden in einem riesigen, verschlungenen Gewebe der Existenz. Dieser Wandel weckt ein tiefes Verständnis dafür, dass wir Mitgestalter unserer Realität sind. Ideen, die einst als radikal oder unmöglich galten, gewinnen nun an Boden, da immer mehr Menschen mit gemeinsamen Visionen und vereinten Absichten zusammenkommen. In den letzten Jahrzehnten haben wir eine Beschleunigung des kollektiven Erwachens beobachtet. Dieser Anstieg des globalen Bewusstseins wird durch die Vernetzung angeheizt, die durch die Technologie, insbesondere das Internet und die sozialen Medien, entstanden ist. Diese Werkzeuge sind zu modernen Kanälen für spirituelle Weisheit geworden, die Wissen verbreiten und einen globalen Dialog über Spiritualität, Achtsamkeit und die Suche nach einem Sinn jenseits des Materialismus fördern. Diese Vernetzung hat einen fruchtbaren Boden für die rasche Verbreitung von transformativen Ideen geschaffen, sodass spirituelle Lehren ein größeres Publikum als je zuvor erreichen. Das wachsende Interesse an Spiritualität und Achtsamkeit ist ein Beleg für dieses kollektive Erwachen. Praktiken wie Meditation, Yoga und ganzheitliches Heilen, die einst als Randerscheinungen galten, sind heute zum Mainstream geworden. Diese Praktiken sind nicht nur ein Trend, sondern tiefgreifende Werkzeuge für persönliches Wachstum und inneren Frieden, die dem Einzelnen helfen, sich mit seinem wahren Wesen und seiner Bestimmung zu verbinden. Je mehr Menschen sich nach innen wenden und ihre spirituelle Natur erforschen, desto mehr tragen sie zur Anhebung des kollektiven Bewusstseins bei. Stellen sie sich das Bewusstsein als einen riesigen Ozean vor, in dem jeder Einzelne eine einzigartige Welle darstellt. Je mehr Menschen zu ihrem wahren Potenzial erwachen, desto mehr steigt das kollektive Bewusstsein an und erzeugt einen Welleneffekt, der sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt. Bei diesem Erwachen geht es nicht nur um persönliche Erleuchtung, sondern auch darum, die Systeme und Strukturen zu verändern, die unsere Welt regieren, und eine Realität zu schaffen, die unsere höchsten Bestrebungen nach Einheit, Liebe und erweiterter Wahrnehmung widerspiegelt. Diese Reise zu einem höheren Bewusstseinszustand ist nicht linear. Sie ist eine Spirale, die Themen und Lektionen auf immer höheren Bewusstseinsebenen wieder aufgreift. Was einst als esoterisch galt, dringt nun in den Mainstream ein. Die Beschleunigung dieses Erwachens, die sich besonders nach 2019 bemerkbar macht, bedeutet, dass sich die Frequenz des Planeten und seiner Bewohner erhöht. Wir werden immer mehr auf Energien jenseits der physischen Welt eingestimmt und erleben eine verstärkte Intuition, Synchronicitäten und ein tieferes Gefühl der Verbundenheit mit allen Lebewesen. Während wir diesen Transformationsprozess durchlaufen, wird deutlich, dass die Technologie, die oft als Werkzeug der dritten Dimension angesehen wird, paradoxerweise eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung dieses Wandels spielt. Das Internet hat uns global miteinander verbunden, lässt Informationen frei fließen und fördert Gemeinschaften, die sich auf spirituelles Wachstum und Bewusstseinserweiterung konzentrieren. Spirituelle Lehrer, Heiler und Sucher mit unterschiedlichem Hintergrund können nun ihre Weisheit und Erfahrungen austauschen und so zu einem kollektiven Verständnis höherer Bewusstseinszustände beitragen. Bei dieser Transformation geht es um mehr als persönliches Wachstum. Es geht um die Mitgestaltung einer neuen Realität. In dem Maße, in dem sich der Einzelne mehr auf sein Höheres Selbst ausrichtet, zieht es ihn natürlich zu Praktiken, die das spirituelle Wachstum fördern, wie Meditation, Energieheilung und bewusstes Leben. Diese Praktiken fördern nicht nur den inneren Frieden und die Selbsterkenntnis, sondern stärken auch unsere Verbindung zum universellen Bewusstsein, der göttlichen Quelle, die uns alle eint. Das Konzept der fünften Dimension ist nicht durch religiöse Dogmen oder kulturelle Schranken begrenzt. Es ist ein universelles Paradigma, das den Einzelnen einlädt, seine eigene spirituelle Reise zu erforschen und sich mit seiner wahren Essenz zu verbinden. Es geht darum, Qualitäten wie Mitgefühl, Empathie und Einheitsbewusstsein zu verkörpern und zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden und Teil eines größeren Gewebes der Existenz sind. Meditation, Yoga und ganzheitliches Heilen, die einst als eine Domäne der Esoterik galten, haben nun ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden. Diese uralten Praktiken sind mehr als nur Trends, sie sind Tore zur inneren Erforschung und zum persönlichen Wachstum. Sie bieten uns die Möglichkeit, uns mit unserem Inneren Selbst zu verbinden, Frieden in einer chaotischen Welt zu finden und das göttliche Potenzial in uns zu wecken. Wenn wir in der Meditation sitzen, reisen wir nach innen und erforschen die Tiefen unseres Bewusstseins. Yoga mit seiner Mischung aus Körperhaltungen, Atemkontrolle und Meditation wird zu einem Tanz von Körper und Geist, der unsere körperlichen und feinstofflichen Energien in Einklang bringt. Ganzheitliches Heilen umfasst die Verbindung von Geist, Körper und Seele und erinnert uns daran, dass wahre Gesundheit ein Gleichgewicht aller Aspekte unseres Seins ist. Diese Praktiken spiegeln den gesellschaftlichen Wandel wider, der den inneren Frieden und die persönliche Transformation höher bewertet als materielle Gewinne und äußere Bestätigung. Der Übergang zu einer fünfdimensionalen Realität ist gekennzeichnet durch ein Aufblühen von Einheit, Liebe und erweiterter Wahrnehmung. Diese Reise ist kein abrupter Sprung, sondern eine sanfte Entfaltung, ein allmählicher Prozess des Erwachens zu höheren Wahrheiten und tieferen Verbindungen. Wir werden immer mehr auf die Energien eingestimmt, die durch uns und um uns herum fließen und nehmen die unsichtbaren Fäden wahr, die das Gewebe unserer Existenz weben. Erhöhtes Bewusstsein bringt eine Sensibilität für die subtilen Bereiche mit sich, in denen die Intuition uns führt, Synchronicitäten im Überfluss vorhanden sind und die Verbundenheit allen Lebens zu einer unbestreitbaren Wahrheit wird. In diesem erweiterten Bewusstseinszustand wird die Liebe zur führenden Kraft, die Angst und Trennung überwindet. Wir beginnen, die Illusion der Trennung zu durchschauen und erkennen, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind, eines riesigen kosmischen Tanzes aus Energie und Licht. Dieses fünfdimensionale Bewusstsein ruft uns dazu auf, Mitgefühl, Empathie und Einheit zu verkörpern und eine Welt zu fördern, in der wir in Harmonie mit allen Wesen koexistieren. Die Technologie, die oft als ein Produkt der materiellen Welt angesehen wird, wird paradoxerweise zu einem Leuchtfeuer dieses spirituellen Erwachens. Das Internet und die sozialen Medien sind zu mächtigen Instrumenten für die Verbreitung spirituellen Wissens und die Förderung von Gemeinschaften geworden, die sich der Bewusstseinserweiterung widmen. Diese digitalen Plattformen verbinden uns über große Entfernungen hinweg und schaffen ein globales Netzwerk von Suchenden, Heilern und Bewahrern der Weisheit. Spirituelle Lehren, die einst auf bestimmte Kulturen oder Regionen beschränkt waren, fließen jetzt frei und erreichen die Herzen und den Verstand von Millionen. In Online-Kursen, virtuellen Meditationen und Social-Media-Gemeinschaften kommen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen, um ihre Reisen, Erkenntnisse und Praktiken zu teilen. Die Technologie vergrößert die Reichweite spiritueller Führer, so dass ihre Botschaften von Liebe, Einheit und Transformation ein globales Publikum inspirieren können. Durch dieses vernetzte digitale Netz werden die Samen eines höheren Bewusstseins gesät, genährt durch die kollektive Absicht, eine bessere Welt zu schaffen. Wenn wir uns auf diese Veränderungen einlassen, befinden wir uns inmitten einer großen Transformation. Die Praktiken der Meditation, des Yoga und der ganzheitlichen Heilung führen uns nach innen und helfen uns, inneren Frieden und persönliches Wachstum zu kultivieren. Das Auftauchen einer fünfdimensionalen Realität ruft uns dazu auf, in Einheit und Liebe zu leben und unsere Wahrnehmung über den physischen Bereich hinaus zu erweitern. Und die Technologie, der moderne Alchemist, verwandelt unsere Vernetzung in eine mächtige Kraft für spirituelles Erwachen und kollektive Evolution. Während wir diese transformative Reise antreten, finden viele von uns die Ausrichtung auf ihr Höheres Selbst. Diese Ausrichtung ist nicht nur ein spirituelles Bestreben, sondern eine tiefgreifende Neuausrichtung unseres gesamten Wesens. Wenn wir uns auf unser Höheres Selbst ausrichten, beginnen wir, in Harmonie mit unserer wahren Essenz zu leben. Wir wenden Praktiken an, die unser spirituelles Wachstum fördern, wie Meditation, Energieheilung und bewusstes Leben. Diese Praktiken helfen uns, uns tief mit dem universellen Bewusstsein zu verbinden, der göttlichen Quelle, die die gesamte Existenz durchdringt. Durch diese Verbindung erfahren wir ein Gefühl der Einheit mit allem Leben und spüren den Puls des Kosmos in unserem eigenen Wesen. In diesem erweiterten Bewusstseinszustand sind wir aufgerufen, die höchsten Tugenden der Liebe und des Mitgefühls zu verkörpern. Wir verstehen, dass jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung einen Welleneffekt hat und das kollektive Bewusstsein beeinflusst. Indem wir uns das Bewusstsein der Einheit zu eigen machen, tragen wir dazu bei, eine Welt zu schaffen, in der Frieden und Zusammenarbeit an die Stelle von Konflikten und Spaltung treten. Dieses universelle Paradigma ermutigt uns, über unsere Unterschiede hinwegzusehen und die göttliche Essenz in jedem Wesen zu erkennen. Wenn wir uns auf unser Höheres Selbst ausrichten und die fünfte Dimension annehmen, werden wir uns auch der planetarischen und kosmischen Veränderungen bewusst, die unsere innere Transformation widerspiegeln. Natürliche Phänomene, wie die Veränderung des Klimas und die erhöhte Sonnenaktivität, sind keine zufälligen Ereignisse, sondern Spiegelungen der größeren energetischen Veränderung, die auf der Erde stattfindet. Der Planet selbst befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der alte Paradigmen abwirft und neuen Möglichkeiten Platz macht. Die verstärkte Sonnenaktivität mit ihren kraftvollen Energieausbrüchen dient als Katalysator für spirituelles Erwachen und Bewusstseinsevolution. Diese kosmischen Ereignisse rühren unser Inneres an und veranlassen uns, alte Muster loszulassen und neue Lebensweisen anzunehmen. Auch die Veränderungen des Klimas können als Teil dieses größeren Wandels gesehen werden und signalisieren einen Reinigungsprozess, der die Erde auf höhere Bewusstseinszustände vorbereitet. Während wir uns auf diese planetarischen und kosmischen Veränderungen einstimmen, werden wir an unsere Verbundenheit mit dem Universum erinnert. Wir sind nicht getrennt von der Erde oder dem Kosmos, wir sind ein integraler Bestandteil dieses großen Tanzes aus Energie und Licht. Dieses Bewusstsein vertieft unsere Verbindung zur natürlichen Welt und inspiriert uns, in Harmonie mit der gesamten Schöpfung zu leben. In dieser Ära tiefgreifender Veränderungen befinden wir uns am Rande eines kollektiven Erwachens. Diese Reise der kollektiven Transformation verlangt von uns, alte Muster loszulassen und neue Wege des Seins einzuschlagen. Geleitet von alten spirituellen Lehren und Prophezeiungen erwachen wir zu den tiefgreifenden Veränderungen, die sich in uns und um uns herum entfalten. Die alten Paradigmen, die nicht mehr unserem höchsten Wohl dienen, zerbröckeln und machen Platz für eine neue Bewusstseinsdämmerung. Die Weisheit der Zeitalter und die Stimmen der prophetischen Seher haben diese Zeit des großen Wandels seit langem vorhergesagt. Sie sprechen von einem kollektiven Erwachen, einem Übergang von Angst und Spaltung zu Liebe und Einheit. Um diesen Wandel zu bewältigen, müssen wir die begrenzenden Überzeugungen und Verhaltensweisen loslassen, die uns an die Vergangenheit gebunden haben. Dieses Loslassen ist nicht nur ein Ablegen des Alten, sondern eine Öffnung für das Neue, die uns einlädt, in unser wahres Potenzial als Mitschöpfer einer neuen Realität einzutreten. Im Mittelpunkt dieser Transformation steht die Kraft der kollektiven Absicht und der gemeinsamen Schöpfung. Unsere Gedanken, Überzeugungen und Handlungen sind nicht isoliert. Sie sind Fäden in dem riesigen Gewebe des kollektiven Bewusstseins. Wenn wir mit einer gemeinsamen Absicht zusammenkommen, verstärkt sich unsere kollektive Energie und schafft eine starke Kraft für positive Veränderungen. Dieses vereinte Feld von Absichten hat die Macht, überholte Systeme und Strukturen aufzulösen und den Weg für neue Möglichkeiten zu ebnen, die in Liebe, Mitgefühl und Einheit wurzeln. Durch bewusste Entscheidungen und kollektive Absichten manifestieren wir die Welt, die wir bewohnen wollen. Das ist die Essenz der Ko-Kreation, die aktive Teilnahme an der Gestaltung unserer Realität. Das erfordert von uns, dass wir achtsam mit unseren Gedanken und Handlungen umgehen und erkennen, welche Auswirkungen sie auf das Kollektiv haben. Indem wir unsere Absichten mit dem Höchsten Gut in Einklang bringen, tragen wir zur Schaffung einer harmonischen und mitfühlenden Welt bei. Die Menschheit ist kein passiver Beobachter in diesem großen Drama der Evolution. Wir sind aktive Teilnehmer, Mitschöpfer unserer Realität. Unsere Gedanken, Überzeugungen und Handlungen sind mächtige Werkzeuge, die die Welt um uns herum formen. Jede Entscheidung, die wir treffen, jede Absicht, die wir haben, sendet Wellen durch das kollektive Bewusstsein und beeinflusst das Gewebe der Realität selbst. In diesem Tanz der Ko-Kreation sind wir aufgerufen, unsere höchsten Tugenden zu verkörpern und uns mit unserer wahren Essenz in Einklang zu bringen. Indem wir Mitgefühl, Empathie und Liebe kultivieren, tragen wir dazu bei, die Menschheit zu erheben. Je mehr Menschen zu ihrem göttlichen Potenzial erwachen, desto mehr erhebt sich das kollektive Bewusstsein, was eine Welle der Transformation auslöst, die über den ganzen Globus schwappt. Diese aktive Teilnahme an der Evolution ist eine heilige Verantwortung. Sie lädt uns dazu ein, unsere Rolle als Mitschöpfer zu übernehmen und die Macht zu erkennen, die wir in uns tragen. Indem wir authentisch und bewusst leben, inspirieren wir andere, dasselbe zu tun und schaffen so einen Welleneffekt positiver Veränderung. Während wir diese transformative Reise antreten, sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Wir sind Teil eines größeren Ganzen, das mit allen Wesen verbunden ist. Unsere kollektive Transformation ist ein Beweis für die Kraft der Einheit und das grenzenlose Potenzial des menschlichen Geistes. Gemeinsam sind wir dabei, eine neue Realität zu schaffen, die unsere höchsten Bestrebungen und tiefsten Wahrheiten widerspiegelt. In diesem Transformationsprozess sind wir aufgerufen, Licht und Liebe zu verkörpern. Dies ist nicht nur ein abstraktes Ideal. Es ist eine Lebensweise, die jeden Aspekt unserer Existenz durchdringt. Licht zu verkörpern bedeutet, Liebe, Mitgefühl und Authentizität auszustrahlen. Es bedeutet, in Übereinstimmung mit unserem höchsten Selbst zu leben und unsere einzigartigen Gaben in das kollektive Bewusstsein einzubringen. Jeder Akt der Freundlichkeit, jeder Moment des Mitgefühls trägt zu dem Wandteppich der Liebe bei, den wir gemeinsam weben. Indem wir authentisch und mitfühlend leben, inspirieren wir andere, dasselbe zu tun und schaffen so einen Welleneffekt positiver Veränderung, der weit über unser individuelles Leben hinausgeht. Diese Reise lädt uns auch dazu ein, Dankbarkeit zu empfinden und uns eine Zukunft vorzustellen, die von Mitgefühl, Zusammenarbeit und Liebe geprägt ist. Dankbarkeit ist eine mächtige Kraft, die unsere Herzen und unseren Verstand für die Fülle öffnet, die uns umgibt. Sie ermöglicht es uns, die Schönheit in jedem Augenblick zu sehen, selbst inmitten von Herausforderungen. Wenn wir Dankbarkeit kultivieren, richten wir uns auf den Fluss des Universums aus und ziehen mehr Segen in unser Leben. Wenn wir für unsere Reise danken, haben wir auch eine Vision für die Zukunft, eine Welt, in der die Liebe die leitende Kraft in allen Handlungen ist. Die Vorstellung einer solchen Welt ist keine bloße Fantasie, sondern ein kraftvoller Akt der Mitschöpfung. Wenn wir gemeinsam eine Vision von einer mitfühlenden und kooperativen Welt haben, schaffen wir die Voraussetzungen für ihre Verwirklichung. Diese Vision inspiriert uns, mit Integrität zu handeln, Gemeinschaften aufzubauen, die in Liebe und gegenseitiger Unterstützung verwurzelt sind, und auf eine Zukunft hinzuarbeiten, in der Frieden und Fülle für alle zugänglich sind. Sie erinnert uns daran, dass wir nicht nur passive Empfänger der Zukunft sind, sondern aktive Teilnehmer an ihrer Gestaltung. Die Reise in die fünfte Dimension ist daher eine Mischung aus Herausforderungen und Chancen, ein Aufruf, Licht und Liebe zu verkörpern und eine Einladung, Dankbarkeit und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Es ist ein heiliger Weg, der von uns verlangt, mit Absicht und Ziel zu leben, uns tief mit unserem wahren Selbst zu verbinden und zum kollektiven Erwachen der Menschheit beizutragen. Während wir diesen Weg beschreiten, sollten wir uns daran erinnern, dass jeder Schritt, den wir tun, jede Herausforderung, die wir überwinden, und jeder Akt der Liebe, den wir geben, Teil eines größeren kosmischen Tanzes ist. Gemeinsam sind wir dabei, eine neue Ära des Friedens, der Harmonie und des Überflusses zu erschaffen. Dies ist unsere Reise, unsere Herausforderung und unsere großartige Chance. Mit Herzen voller Dankbarkeit wollen wir uns eine Zukunft vorstellen, in der Mitgefühl, Zusammenarbeit und Liebe alle Handlungen leiten. Gemeinsam sind wir dabei, eine neue Ära des Friedens, der Harmonie und der Fülle zu erschaffen. Vertraut auf die Reise, haltet euer Licht und wisst, dass wir alle in dieser großartigen Transformation miteinander verbunden sind. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schauen Sie doch mal in unserem Etsy-Shop vorbei. Wir haben ein paar einzigartige Artikel, die Ihnen sicher gefallen werden. Klicken Sie auf den Link unten, um mehr zu entdecken. Wir sehen uns dort!